Hey, ich bin Meyers. Pass doch auf, Arschloch! Als ich noch klein war, wollte ich immer ein Held sein. Aber stattdessen wurde ich groß und ein Nobody. Schon wieder hat Skizm... Skizm... Skizm hättest durchgeknallte Random Player aufeinander und lässt sie bis zum Tod kämpfen. Und das Internet ist begeistert. Next wins. Yeah! I love you! Ich komme ja schon. Ich glaube, sie haben die falsche... Wer seid ihr? Hör mal, das klingt jetzt gleich ziemlich bescheuert, aber kannst du mir helfen? Jemand hat Pistolen an meine Hände geschraubt. Ja, da hast du recht. Das klingt wirklich ziemlich bescheuert. Du hast 24 Stunden, um Nix zu töten. Wenn du es nicht schaffst, stirbst du. Wer ist fucking Nix? Nicht schießen, bitte. Ich will nichts mit dieser Sache zu tun haben. Ich habe einen Plan. Lass hören. Du kannst damit aufhören und stattdessen Skizm killen. Ähm... Nein. Pass auf, du entspannst dich und hörst auf, wegzurennen! Es wurden sicher Fehler gemacht, aber... Zehn Millionen Zuschauer! Du hast Geschichte geschrieben! Ich habe diesen Scheiß nie gewollt! Du hast Geschichte geschrieben!